Hallo, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir zu diesem herrlichen Sommertag. Es ist perfektes Sommerwetter, es ist so heiß, aber zum Glück gibt es so ein bisschen Lüftchen ab und zu. Und da drüben der Pool ja schon fertig ist, das letzte Mal hat Justus dir ja komplett sauber gemacht und auch schon aufgefüllt, meinte Justus, warum gehen wir jetzt nicht rüber und springen zum ersten Mal rein. Er möchte heute tatsächlich anbaden, obwohl wir noch nicht drüben wohnen, aber ja, warum eigentlich nicht? Also packen wir gerade unser Zeug. Die Kinder haben schon Badehose, Badeanzug eingepackt. Ich suche mir auch schon mein Bikini raus. So ein paar Spielzeuge wollte ich mir auch noch mitnehmen. Elisa hat hier so ein Gürtel bekommen. Ja, zum Schwimmen lernen. Zum Schwimmen lernen, genau. Dann kann sie jetzt mit Papi zusammen schwimmen lernen. Also ich hatte eigentlich auch Schwimmnudel. Also ich hatte eigentlich alles. Schwimmnudel, dann noch Schwimmflügel und alles mögliche. Aber Justus meinte, damit hat er früher schwimmen gelernt und deswegen möchte er das Elisa damit beibringen. Wieso Klopapier? Ja, ich hoffe, mit den Toiletten schwimmen. Wieso Klopapier? Ja, Justus meinte auch, drüben ist schon eine Toilette eingebaut. Oben im Badezimmer wahrscheinlich. Und deswegen nehmen wir natürlich auch Klopapier mit. Ja, das ist ja so, dass das noch gefehlt hat. Weil wir waren ja schon sehr, sehr oft drüben, aber dann hat noch dies gefehlt und das gefehlt. Und gerade wenn man vor Ort dann nicht auf Toilette gehen kann. So, ich zerschaue gerade und guck mal, was ich rausgekramt habe. Das sind so unsere Tüten voller Badezeug. Also Schwimmbrillen wollen die Kinder bestimmt, Justus. Mehrjungenfrauenschwanzflosse ist da auch drin. Und ja, Taucherbrillen, Ringe, alles mögliche. Aber wir sind immer echt gut ausgestattet bei sowas. Und ich guck gerade, was ich anziehen kann. So ein Badeanzug. Ne, das ist vorne, ne? Ist das vorne? Ne, das ist vorne tatsächlich. Ja. Hübsch, oder? Oder den hier, den finde ich auch sehr, 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 sehr schön. Ich glaube, das Höschen ist gerade weggekommen. Anders hasse hat sich das eben geschafft. Ich muss doch mal danach suchen. Und dann haben wir eigentlich auch schon alles. Packen wir alles ein. Ich habe für Anders hasse auch extra so ein Schwimmring, so ein Babyschwimmring besorgt, wo sie dann drin sitzen kann. Auch hier ist auch noch so ein Badehöschen. Gucken wir, ob sie das anzieht. Eigentlich habe ich auch schon so Anzüge für sie besorgt. Hier, diese Dinger hier meine ich. Diese Riesendinger. Aber auch normale Taucherbrillen haben die Kinder. Und die Meerjungfrauenschwanzflosse. Was für ein langes Wort. Aber ich glaube, Clara ist sie langsam zu klein. Da braucht sie mal eine Nummer größer. Aber das ist auch etwas, worauf sie sich sehr freut. Ne, dass du mit deiner Meerjungfrauenschwanzflosse schwimmst. Nein. Nein? Papi hat sie sehr kurz irgendwie zu... Achso. Papi ist nicht wieder Spielverderber. Wir brauchen mehr. Die braucht Schwangstosse noch nicht. Brauchen wir noch nicht, sagt Papi. Okay, warum habt ihr mein Bicini nicht eingepackt? Eure Sachen sind eingepackt. Aber mein Bicini... So, wir düsen los. Fahren rüber. Ich schwitze. So, Justus. Ich möchte in einen Pool. Justus hat den Pool ja auch aufgeheizt. Also... Ja, aber ich war zu spät. Du kannst mir nicht mein Baby wegnehmen. Das mag sie nicht. Er fängt direkt an zu motzeln. Und in die Schuhe. So sieht man hier. Irgendwie ist der Ausschnitt hier ein bisschen groß, ne? Ich muss das hier mal zuhören. Ich weiß nicht. Sie hat sich das irgendwo ausgezogen. Und seitdem sind sie verschwunden. Ich muss mal gucken. Oh Gott, ist das barfuß? Ja, sie liebt barfuß. Das ist gesund. Barfuß laufen. Okay. Guck dir das mal an. Die Pflastersteine liegen schon. So, schau, was ich tue hier. Hier wird ja dann wahrscheinlich auch das Auto stehen. So haben wir das ja geplant. Nehmt im Haus. Alles aus. Aus? Ja, der liegt nicht. Aber ich will gucken mal jetzt kurz. Oh nein. Es ist jetzt nicht mehr warm. Ach, das haben wir auch noch nicht gezeigt. Guck mal. Jetzt haben wir nämlich auch diese Abdeckung drauf. Da haben ganz viele gefragt. Na klar, hat Justus an alles gedacht. Ach, und das ist auch schon. Guck mal. Ziemlich frisches Wasser. Da ist jetzt diese Rückendusche. Die hat Justus extra besorgt. Guck mal, Anastasia. Guck mal, sie weiß schon, das ist deins, ist sie, Lisa. Ah, danke, Anastasia. Oh Gott, der Papi, ey. Wir haben jetzt nur ein kleines Problem. Also wir sind ja jetzt extra spät hierher gekommen. Es ist jetzt, wie viel Uhr haben wir, Johann? 16 Uhr 1. 16 Uhr 1, okay. Also Justus ist natürlich davon aufgegangen, dass jetzt um 16 Uhr 1 die fleißigen Bauarbeiter schon Feierabend gemacht haben. Aber haben sie nicht. Also wir sind auch welche da. Und da, oh, da ist auch ein Badezimmer. Guck mal, da oben im Badezimmer. Da steht auch einer. Da kann man natürlich jetzt nicht in den Pool springen, oder? Also ein bisschen komisch. Mal gucken, wie sich der Papi das jetzt ausgedacht hat. Aber er muss erst mal die Werbepumpe wieder anschalten, weil... Das ist jetzt wieder ein bisschen hektisch gerade. Das ist ein Boden. Ich kann mich sehen. Er sieht da drauf, Stab. Papi, hält dieser Schützchen über den Pool auf? Hält? Ich nehme sie. Ich helfe, ich habe kleine Finger. Ich habe kleine Finger. Das habe ich auch noch nicht gesehen, bis da unten aussieht. Da ist die ganze Technik dran, oder? Ja. Ja. Ach, da kann man sogar reingehen. Ja, der Kling hat gesagt, dass es ist arm. Ach, da ist noch Wasser sogar arm. Man merkt irgendwie gar nicht, dass es ein geheimer Raum ist. Vielleicht hört man es ja auch gar nicht. Nee, es ist alles arm. Wäre der denn nicht froh ausgeschaltet? Wenn es so ein Strom wäre, ist es nicht so schlimm. Hm, okay. Tja, unsere Poolparty fällt ins Wasser, würde ich mal sagen. Ja, das ist ja auch ganz reinigt. Das Wasser da? Ja. Das ist doch nicht das Poolwasser. Das ist ja auch nicht das Poolwasser. Papi hat da schon gereinigt. Also das, was da drin ist. Das ist sauber. Papi hat mir heute erklärt, ich habe auch gefragt, ob da das schmutzige Wasser reinkommt. Er hat angefangen, die da zu bauen. Er wollte einen anderen Schutzschalter reinbauen. Das heißt, ihr müsst hier so fünf Minuten warten. Okay, fünf Minuten haben wir Zeit. Aber Toilette muss ich unbedingt auch dran gucken, ne? Also wenn die jetzt auch schon eingebaut ist, dann sieht das... Doch, hat Papi gesagt. Also oben ist auf jeden Fall einer aufgebaut. Das ist für noch so ein Nassau hierher. Ne, das ist nur eins. Das ist so ein Bauchgurt. Ein Gürtel zum Schwimmen. Ja, das ist ja auch ein kleiner Kindersitz. Okay, glücklicherweise dauert es jetzt wirklich nur noch ein paar Minuten. Dann kann Justus das Rollo lüften. Aber ich kann dir noch was anderes zeigen. Denn die erste Toilette kann ich dir jetzt mal zeigen, wenn du möchtest. Oh, ist uns geht. Ich höre es. Was geht los? Geht schon doch los jetzt? Juhu. Dankeschön. Boah, Baby. Lüftet das jetzt? Oh, guck mal. Lüftung. Cool, das ist... Ach, hier drüben. Was sagst du denn? Cool, das geht von deinen Armen. So, ist das Wasser kalt? Ja. Vorsicht, Baby. Jetzt willst du aufpassen. Beide Seiten sind nicht. Wow. Ja. Absolut. Und wir müssen ordentlich drin tun, damit der Filter das alles rauskriegt. Okay. Aber ich kann nicht am Boden geraden. Ihr müsst es machen. Mami darf gleich... Was darf ich? Das erste Knüpfchen drücken. Also... Das können wir einbeißen. Ihr braucht ein bisschen mehr Strom als unsprünglich gedacht. Das heißt, ihr dürft nicht alle vier Sachen auf einmal anmachen. Ach so. Nur eins hin? Dann gibt es nicht den Sprudel, den da oben und das Becken und das und das gleich. Dann macht er... Ja? Genau. Dann lass mir Mami erst mal Tassen machen. Also ich darf jetzt doch schon Sprudel gleich anmachen, ja? Ja. Sprudel kannst du gleich anmachen. Das sollt ihr anmachen. Bei dem Ding, das Modell wurde erneuert, weil der Knopf extrem tief reingekrückt wurde. Das heißt, du brauchst nur ganz leicht weg draufzumachen. Nur ganz leicht draufzumachen. Und das ist nicht wie in den Hotels, dass es irgendwann wieder auslässt. Sondern das ist dann für immer an. Für immer? Bis ihr wegknüpft. Mal kurz drücken, dann geht's wieder auf. Ah. Okay. Cool. Und die nächste Bedingung ist, ihr dürft es erst anmachen, wenn ihr drin seid. So. Das heißt, wie sind wir so? Hast du noch mehr Anweisungen im Papier? Ja, ja, ja. Weil die Überraschung kommt vor allem, wenn ihr da drin seid. So. Alle ziehen sich jetzt um. Ich bin ja die Einzige, die schon ready ist. Ne? Mein Mami! Genau deswegen. Das mache ich immer so. Auch wenn wir ins Schwimmbad gehen. Ich zieh mich immer schon zu Hause um. Dann habe ich da im Schwimmbad nicht noch hier drum gefummelt und sowas. Da muss ich mich ja schon um die Kinder kümmern. Das reicht dann auch. So. Solange sich die anderen noch umziehen, zeige ich jetzt erst mal die Toilette. Und zwar tatsächlich hier unten Gästetoilette. Direkt ums Eck. Da ist ja Pool. Und dann hier direkt das Gästebadezimmer mit. Ja, wie sehr kann man sich über eine Toilette freuen? Ich fasse es gerade nicht, dass sie jetzt echt drin ist. Vielleicht kennst du noch dieses Pad oder dieses Panel oder wie man das nennt. Das hatten wir auch schon vorher in unserer Gästetoilette, aber in Schwarz. Da war ja die Gästetoilette ganz in Schwarz gehalten und das hatte da schon in Schwarz. Aber hier passt es natürlich super gut in Weiß rein. Mal zumachen. Die Smoothie. Nach ein paar Benutzungen geht das auch ein bisschen schneller. Toll, oder? Klopapier haben wir direkt auch schon hier hin. Kann direkt losgehen, wenn einer muss. Also gut, die Tür fehlt hier natürlich noch. Da muss man natürlich auch sich dann trauen. Aber ja, ich bin sehr, sehr froh darüber. Oben weiß ich gar nicht, ob die auch schon drin ist. Muss ich gleich mal gucken gehen. Aber ansonsten kann ich die gleich auch noch Türen zeigen. Willst du Türen sehen? Die sind nämlich auch schon drin. Total krass, wie schnell das hier wieder vorangeht. Endmontage und dann plötzlich bäm, 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 alles fertig. So, seid ihr soweit? Ihr Süßen? Komm, Mami. Du hast jetzt das Baby. Also ich muss ja eigentlich als Erste rein, ne? Ja, unbedingt. Baby! Oder? Ja. Ja. Licht vom Deckelrand springen. Das gibt es hier nicht. Okay. Eins. Anbaden. Eins. Zwei. Oh mein Gott. Es ist so kalt noch. Es ist frisch. 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 Ahja. Und wie ist es? Also der Sprudel, jetzt hier gibt es verschiedene Massagedüsen. Ja. Einmal von hinten, der hält jetzt gerade an. Gegen den Rücken. Dann gibt es noch einen von unten. Der macht den Blubber. Nein. Nein. Wir kommen jetzt rein. Hier, jetzt kommt's. Oh mein Gott. Jetzt kommt's. Jetzt mal Fahrenheit und Blubber. Ja. Wenn's mal rein ist, jetzt hier jetzt. Mach du die Faktikunkel? Susus? Ja? Ich möchte es einmal versuchen weil die Gegenstrumanlage ist voll krass. Okay, das ist Action. Geht los? Ja. Ja, jetzt wird's Skijäger. So kann ich! Wir haben alles geschafft. Ja, dann zieh mal hier. Oh, ja, findest du gut? Oh, ja, ja! Oh, ja, ja, ja! Geht's an! Halt es auf für mich! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Du wirst du niemals schaffen! Du wachst an deine Hände! Ja! Das geht nicht, Johann! Richtig anstrengend, oder? Kann man die nicht ein bisschen saster einstellen, die Gegenstromanlagen? Nee, die können sie mal hoch oder mal runter. Du fühlst jetzt schwach! Ach, jetzt ist... Ja, das schaffe ich! Das schaffe ich! Und wie gefällt's dir? Ich hab ein bisschen gebraucht, ne? Ja. Bis ich mal reingegangen bin. Ich muss zugeben, ich bin nicht so die Wasserratte. Also auch wenn wir sonst irgendwie Schwimmbad gehen oder Urlaub am Strand oder so, bin ich eigentlich diejenige, die draußen bleibt und nicht in den Pool geht. Oh, Anastasia möchte ich auch so gerne, aber es ist halt echt kalt für sie. Vor allem, wenn sie sieht, wir gehen hier alle rein, dann für sie natürlich auch. Ich glaube, ich probiere das Ding hier gleich auch nochmal aus. Wie geht das denn hier nochmal an? Warte! Ach, da drüben! Warte! 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 Es sieht aus wie Urlaub. Krass, oder? Warte! Warte, ich glaube, es hat alles hier einfahren lassen. So cool, ey! Okay, und das Rollo, was du eben gesehen hattest, was oben drauf war, das ist einfach... Hat sich jetzt so nach da unten glaube ich irgendwo hin verzogen, damit das versteckt ist und einfach aus dem Blick weg. Also es ist noch ein bisschen kalt, aber ich konnte es mir dieses Jahr auch nicht nehmen lassen, da in den Pool rein. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, wie gesagt, ich war die letzte, die jetzt hier reingesprungen ist. Die anderen hatten schon ihren Spaß. Danke, mein Schatz. Ja, der ist groß genug. Der ist viel zu groß. Ich komme da eh nicht rein mit der Gegenstromanlage, bis ich mal dahinten ankomme. Das habe ich eh niemals. Johann und ich haben schon eine Challenge. Ab jetzt, wir beide jeden Abend 30 Minuten hier gegen Stromanlage. Justus, guck mal, erst mal, Justus, es ist jetzt zu kalt. Jetzt kommt der da nicht mehr rein. Du warst nicht am längsten drin, du bist nur kurz reingesprungen, das am Anfang, das hast du gesehen. Und dann ist er streikt wieder raus und kann da nicht mehr rein. Und mein Baby paschelt hier rum, das ditte Maus. Die ditte Maus. Ei gemacht an der Kamera. Ei. Ich glaube, wir müssen die Kinder noch wieder einpacken jetzt, weil die Sonne ist langsam weg. Das einzige, was uns hier noch irgendwie aufgeheizt hat. Oh mein Gott. Die fleißigen Bauarbeiter abendlich sind echt immer noch am Arbeiten. Dankeschön. Dankeschön. So. Jetzt ist auch Feierabend. Ach, hier spüre ich ja schon die Gegenstromanlage. Ich komme nicht mehr ran. Es war auch etwas, was Justus super wichtig war, dass man die Gegenstromanlage oder diese ganzen Sprudel nicht so hört, also von den Maschinen her. Also die Sprudel sind natürlich, das hört man dieses Geplätscher, aber es ist jetzt nicht so oder sowas. Ich sage nur, man hört nicht irgendwie Maschine laufen oder so. Ach so. Ne, hört man nix. Also klar, Kamera macht alles immer noch ein bisschen lauter, als es eigentlich ist, aber man hört wirklich nix. Ach, hier unten ist ja auch noch so ein kleiner Sprudel, Justus. So ein Fußding ist hier unten. Ne, das ist nicht eine ganz normale Umweltspumpe. Ach so, das ist eine Pumpe und eine Reinigungspumpe, obwohl ich mir hier gerade die Füße massieren lasse. Dann merkt man super gut sein, wenn ich so. So, mach dich gefasst auf den Sommer. Ich werde viele Pool-Challenges machen. Ja. Mit Videos. So, lass dich mal, ne? Also ich freue mich riesig auf den Sommer, auf die Zeit hier. Aber ich würde sagen, für heute verabschieden wir uns. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.